Was geht ab? Ich bin Samson von ZAM und Celo und ich, wir spielen am 8.6. in Hünse bei Bottrop beim Out4Fame Festival. So Leute wie Kollegakom, Farid Bang, Kool Savas, Method Man, Redman, Snaggapilla, Dach One. Wir sind am Start, ihr seid am Start und wir fallen so richtig sick ab. ZAM! ZAM!